Was geht ab bei euch? Und zwar, wir arbeiten gerade am Abonnenten-Special, an beiden Abonnenten-Specials für 100.000 und eben für 800.000. Als fettes Dankeschön an euch, Freunde. Also wir haben dort zurzeit sehr viel um die Ohren, aber nichtsdestotrotz, morgen steht wieder ein Livestream an, also schreibt mir jetzt gerne hier mal rein, auf welches Video ich im Livestream reagieren soll, Freunde. Und die meisten, meist gewünschtesten Videos, also die ersten vier, auf die werde ich dann eben reagieren. Und stellt euch gerne hier die Erinnerung, damit ihr dann auch mit am Start seid und das Ganze nicht verpasst. Wieder mal, Raktor am Start. Ja, Freunde, wir sehen uns. So, was geht ab, Freunde? Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Also frohe, frohe Ostern. Paulina chillt dich auf der Terrasse und gönnt sich ihr eine Auszeit. Frohe Ostern, auch von mir. Auch von dir frohe Ostern. Und Freunde, ich habe jetzt krasse Neuigkeiten. Nämlich kommt bereits heute für den Sascha-Huber-Reagiert-Kanal das 100.000 Abonnenten-Special online. Ich freue mich schon mega. Um 16 Uhr ist es soweit, Freunde. Seid da mal gespannt, was da auf euch zukommt. Junge, war das jetzt heftig vorne, gerade noch einen Workout durchgeballert. Wieder mal das 60 Minuten Workout durchgezogen. Jetzt gibt es mal direkt einen Protein-Check auf jeden Fall. Einfach hier gemütlich auf der Terrasse durchgezogen. Nicht alleine, natürlich. Julina mit dabei. Hat auch einen Workout durchgeballert. Was hast du durchgeballert? HIIT und Bauchstand am Plan. Yes, nice. Tot. Tot. 100 tot. Ja, ich auch. Ja, komplett zerstört, Freunde. Und jetzt steigt natürlich schon die Spannung für das 100.000 Abonnenten-Special. Ich freue mich schon mega. Aber jetzt gibt es mal was zu futtern. Mahlzeit. Freunde, jetzt ist es soweit. Und zwar das Abonnenten-Special. Das 100.000 Abonnenten-Special ist jetzt für euch da. Ich verrate mir gar nichts. Nur noch ganz wichtig, gönnt euch das Ganze mit einer guten Prise Humor, Freunde. Also nicht für Menschen ohne Humor geeignet. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Hallo, Freunde. Ich bin jetzt live auf YouTube. Die Sascha ist mit am Start. Ja, wenn du Zeit und Lust hast, komm jetzt vorbei und hochwischen. Wir sehen uns im Stream.